Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Ja, heute ist Heiligabend, je nachdem wann ihr das Video halt gerade seht. Und das Christkind hat ein Display Shiny Star V. Ja, die braucht aus Japan. Erstmal, was sind Shiny Pokémon? Shiny Pokémon sind einfach Pokémon mit unterschiedlichen Karten. Zum Beispiel hier Glugrad, das ist das Shiny und das ist unshiny. Die Shiny-Karten finde ich schöner, wie zum Beispiel hier Zoroak Shiny und Zoroak nicht in Shiny. Und hier drin befinden sich 10 Booster, 172 verschiedene Shinies, 4 Goldkarten. Ja, ich drücke auf Pause und öffne das Ganze mal. Gut, ich habe jetzt alles ausgebackt. Ich habe euch jetzt gesagt, es gibt 3 neue Amazing Rares. Es gibt dann 9 neue Trainer Full Arts. Oh mein Gott, die Packs sind besser, als ich sie mir vorgestellt habe. 10 Stück. Ja, wir können ein God-Pack ziehen. Das heißt, jede einzelne Karte ist ein Shiny. Jede einzelne Karte ist gut. Und dann gibt es hier noch Pro Display sind immer 3 kleine Shinies, 3 ganz normale Shinies. Eine Shiny V Full Art oder V-Max. In jedem Pack ist eine V oder V-Max. Es gibt 4 Goldkarten und das ist einfach so gut. Unser 1. Shiny. Oh, die sehen gut aus, muss ich sagen. Die sehen gut aus. Dann haben wir hier zweimal Holos. Mary und Katapultra VF. Katapultra V Full Art Shiny. Oh, die sind gut. Und da haben wir zum Schluss noch so eine Karte. Oh, das erste Pack war einfach so gut. God-Pack. Nein, okay. Äh, nicht nur noch. Ja, noch von hinten. Okay. Noch Arboritta Shiny. Cool, zweites Pack. Schon das zweite Shiny, beziehungsweise drittes. Dann hier wieder die zwei Holos. Und einen Fernpot für Shiny und Baut. Äh, ein Fernpot. Kein Shiny. Hier seht ihr das Shiny und hier noch das normale. Die Farben sind schon unterschiedlich. Oh, dieses Set ist einfach so gut, ey. Ich mach die Packs hier jetzt mit der Schere auf. Äh, geht. So geht es doch eher besser, glaube ich. Ach, komm jetzt. Endlich. Ihr schafft's. Plus, wir ziehen jetzt schon das nächste Shiny. Okay. Äh, dann hier wieder die Code-Karte. Kein God-Pack, macht nix. Wir haben schon gute Hits bisher. Ich muss sagen, die sehen besser aus, als ich dachte, die Shinies. Dann hier unsere zwei Holos. Und? Ja, ist, warte, wie Max. Läuft doch. Gut, äh, hier. Ich hab zu viele Holos. Dann noch hier. Äh, jup. Viele Packs haben wir noch. Ja, sind noch ein paar. Kannst jetzt Schild hier. Shinies öffnen. Äh, Shinies TV öffnen. Ha, Peck-Zerrippen will man doch haben. Okay, ein, äh, Chip-Up. Ein Didoni. Pocosan. Netz. Äh, Gala Mozenka-Holo. Dann hier Kubo in Holo. Und Belectro-V. Blau und dann noch der hier als Glitzer-Karte. Sag ich jetzt mal. Gibt es hier irgendwo sowas, um die irgendwie leichter aufmachen kann? Ja. Geht doch eigentlich. Gut. Vielleicht ein Gottweg. Leider nicht. Hier noch Totokomax. Okay. Unsere zwei Holos. Und ja, Ditto-Vimex. Und zwar, ähm, ich bin jetzt sehr froh, dass wir schon diese zwei Vimexes gezogen haben, weil die gibt es bei uns im Deutschen nicht. Die sind halt nur hier, ähm, in diesem Display. Und normalerweise zieht man davon nur eine. Aber wir hatten die zwei davon. Ne, ne, ne. Okay, ähm, hier die Code-Karte. Der Dänne-Shiny. Oh mein Gott. Die sieht aber echt gut aus. Oh, Vogel-Profi-Fullart. Also, das gönnt hier schon echt. Dann noch Ispat. Und ja. Diese Packs gönnen schon echt. Muss man sagen. Muss man sagen. Das nochmal rein. Schnitt hier. Diese Packs gönnen schon echt. Muss man sagen. Aber eine Weisung möchte ich hier noch ziehen. Hier der Code. Mit Chipweb drauf, dieses Mal. Wir haben so ziemlich meine Lieblings-Scheine gezogen. Kai-Yo-Gre. Äh, ja, Amazing Red. Die sind aber auch echt schön, diese Amazing Reds. Und dann das Summer Center. Jip. Können wir hier noch was ziehen? Glaube nicht, aber auch egal. Vielleicht auch, jetzt auch vielleicht ein God-Pack, weil ein God-Pack ist ja einfach irgendwie so hier rein geschmuggelt, sag ich jetzt mal. Ah, hier leider kein God-Pack. Macht nix. Macht auch nix. Oder zwei Holos und Zwarlock. Ja. Zwarlock hatte ich noch nicht. Ich hab die Zwarlock-Box nicht in den Händchen bekommen, waren schon alle ausverkauft. Vom Weg des Jams. Äh, wo ist der? Wo ist hier der Schlitz? Ja. Hier Memon. Man muss aber sagen, dass diese Serie hier echt echt vollgepackt mit Farbes, Holos und ja, er Scheinies ist. Das letzte Pack. vielleicht noch ein God-Pack? Nein, leider nicht. Okay. Hier, äh, und dann noch ein God-Ton-Vimex. War echt, echt gut. Also Leute, man kann sich nicht beschweren. Man kann sich gar nicht beschweren. Okay, ich zeig' euch jetzt schnell mal noch alle Hits. Die Holos muss ich jetzt nicht zeigen. Wir haben jetzt hier zuerst mal die Vs. in Fernpott-V, Belectro-V, Labros-V, Expert-V, Summer Center-V, dann unsere Shinies. Mein Favorit, Arboritos. Dann hier in Fernpott, auch unser schönes Shiny. Kayogra Amazing Rare. Oh, die glitzert einfach so schön. Dann hier Vogelprofi Folat. Katapuldra. Äh, Folat Shiny, auch einer meiner Favoriten. Das gilt auch für die Dane Shiny. Und noch unsere drei V-Mexes. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Und bis zum nächsten Mal und frohe Weihnachten.